hihahaha hihihihi ja, nice! habe ich endlich den Hinweis an den Revolver, super! die frage ist, komme ich hier wieder rüber? lass mich random nein NEIN là laufen wir mal rum ich mach mal kurz den Revolver wieder in ne Tasche und lets go Brust tasche? Genau, da packst du den ja immer hin. Wie Alpine Anime, einfach mal... Ja, hier... Mit den großen Dingern, einfach mal alles raus und in der Brusttasche. Hier ist übrigens das Labyrinth. Für die, die das noch nicht kennen. Aber ich glaube, nach 10 Jahren GTA werden das ja schon viele kennen. Aber krass, 10 Jahre GTA 5 schon. 2013 war ja Release gewesen. Krass. So, dann steigen wir mal ein. Und wie viele Monaten habe ich eigentlich? Wollt ihr jetzt tatsächlich gerade auch gucken? Ich habe wahrscheinlich nicht genug. Wie ging das nochmal? Halt, nein. Wo war der Nummer? Hier war der Nummer. Hier, hier. Spech, ich brauche 1,6. Ich brauche 1,6, meh. Okay, wir müssen erstmal das Gebiet verlassen. Eher kann ich die Map nicht aktualisieren. Einmal hier rum. Okay, Kreisverkehr. Ich halte mich an die Regeln. Warte, wenn man was richtig rumbreddert. Jupp, 60, 70 könnte denn kommen, ja. Einmal hier wieder runter. Oh, schön mit der Skyline hier links. Skiline. Ja. Ich fahre mal so ein bisschen. Skyline. Gegen-Gedrifftung. Und gut überholt, Kollege. So, bremsen. Au. Nice. So, hast du noch eine Mission, was wir machen können? Ich fahre mal hier rechts ran. Paket-Kifte. Wo denn? In der Endstadt. In der Endstadt, ich folge dir. Vielleicht werden hier auch nach... 2,5 Kilometer. Oh, ich folge dir, ich folge dir, ich folge dir. Dann ist das einfach mal eine Session, wo wir einfach mal große Hinweise suchen. Ist ja auch nicht schlimm. Große Hinweise, vor allem groß muss ich noch betonen. Oh, ich krieg hier 50 Millionen, dann hab ich da auch noch... Wow. Einmal mal 500 Milliarden, weißt du? Äh, Milliarden, Millionen. Millionen. Ich hätte mir halt die Dinge kaufen, die ich haben will, ja. Ich hätte mir denn in der Casino geholt. Ich hätte mir in der Flusszeit schon mal geholt, weißt du? Ja. Stimmt, das wolltest du ja noch haben, genau. Da war ja was gewesen. Und da hast du ja auch da halt. Jo. Ach, da links, okay. Am Dream Tower vorbei. Dramm. Voll drammig. Geradeaus, okay. Da hast du jemanden gespawnt, ironischerweise. Nice. Aber schade, den Bikerfahrer hätte ich noch mitnehmen können, egal. Oh, du hast dich gerade geportet bei mir. Okay, ich bin noch 50 Autolängen noch hinter mir, deswegen. Ja, du warst bei mir gerade geportet. Du bist bei mir jetzt genau vor mir und fährst Schlengel-Linien hier. Jetzt noch Mario gerade. Gut, okay, dann funktioniert es wieder. Ja, sicher, sicher. Ey, ey. Aus dem Weg! Oh mein Gott. Ich glaube, der hat jetzt einen Schädel-Hirn-Trauma. Da, okay. Ich sperre hier ab. Straßensperre. Du suchst ja nach Gebiet, okay. Wo bist du? Hier in diesem Gebiet wird er sein. Ah, im Stadtpark. Heißt der in-game Mirror Park? Ich weiß nicht. Könnte hier aber null aus. Ich weiß ja nicht, wo ich hier gucken soll. Wo kann man hier sehen? Der Legion Square. Okay, ist das nicht der Mirror? Ne, Mirror Park ist glaube ich von irgendwo anders. Das ist der Legion Square. Oh, ich habe das Paket schon gefunden. Geil. Ich habe 58.000 bekommen. Und ich habe Kopf hinter mir. Shit. Da war es eine Falle. Ich habe Geld bekommen. Okay. Schneck und Munition. Das ist geil. Schnell einsteigen. Ich eskortiere dich. Schnell da lang. Du fährst genau auf die Kopf zu gerade. Da ist ein Polizeirevier. Ja, und? Wollte ich bloß sagen. Du fährst da links rum, dann fahr ich die Parallelstraße links. Ich habe eh noch Fahrsteller, aber trotzdem. Oh. So, ich fahre hier mal gleich und lang. Wir stecken jetzt mal hier. Let's. Ja, das war ein bisschen schiede. Hier möchte ja keiner reinkommen, ne? Eigentlich nein. Wo bist du denn? Hai. Wo ist Hai? Ach, da. Oh, gute Spaß. Wo ist Hai? Iei. Iei. Oh, okay. Weg. Ich habe 8.000 bekommen. Ich habe hier wie man 30.000 Bargeld. Ich habe 39k durch dein Dingens. Warte mal, was haben wir denn hier noch eigentlich? Ich guck mal auf der Map. Ja, ich guck. Oh Gott. Was ist das für eine Kiste hier eigentlich? Ein GS-Paket. Ich habe ein GS-Paket hier. Ah, du. Jetzt hast du einen, okay. Ein lila Farms. Ich fahr mal da hin. Ja, das hatte ich gerade gehabt. Okay. Dann fahr' wir da mal. Wie komm' ich hier raus? Ah, hier. Einfach mal den Zau durch, der Brenner kommt man raus. Hai. 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 Einmal hier rechts. Wir haben bloß die Uhr. Ich hätte nicht so prüger. Wir haben bloß die Uhr bis in dem Auge behalten, ne? Ja. Oh Gott. So, hier links. Hier links rum an diesen Union Depository, oder wie das heißt. Oh Gott, die Folge kommt ja auch bald auf YouTube zu dem Zeitpunkt. Oh Gott. Wo ich mich doch da noch versprochen hatte. Mit Despotory, oder wie ich das doch gesagt hatte. Ach du liebe Zeit. Ja, schon ein bisschen her. Da hatten wir noch Schnee gehabt, glaub' ich. Ja, Ulrich. Ja, Ulrich von Rotten. Ulrich von... Ah, schön. Ah, so. Implassable, woher wir da rein kommen. Hm, so, hier links. Implassable. 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 Ach, keine Ahnung, wie man auch spricht. Hier rechts. Plassable, Implassable. Ach, keine Ahnung. I don't know, hier links. Aber wir müssen Richtung... Auf jeden Fall Dönerfleisch. Dönerfleisch. Okay, wir müssen Richtung Strand. Aber... Ach, cool, ja, die Wein ist quasi... Ich schmeck davon... Einer Kirche. Ah, okay. Alle klar. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißt, ich kenne nur... Nuns. Auf Englisch. Nuns. Ne Nonne. Ah, Nonne, genau. Nonne. So, hier soll die Kiste sein. Genau, wo halten die... So, hier muss... Bei ein Goldblatt? Oder bei ein Spielblatt? Ach, keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Skatepark hier. Aber wo hier? So, hier könnte es noch sein. Hier ist auch noch der Radius, dann ist das Ende. Was war das denn? Ich habe dich gerade über meinen Haaren nur so knapp gesehen. What the hell? Wo komme ich wieder raus? Oh, scheiße. Scheiße. Wieso? Oder? Ich überlege. Guck mal. Äh. 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 Das ist Schitte. Oder? Ja, ja, ja. Hast geschafft? Nice. Congratulations. Ich suche derweil mal die Kiste. Ey, ich wüsste, wo die ist. Juste. I kissed a girl. I like it. Das war wie ein kleines Paket mit roten Bänden, was ich gehabt hatte. Ach, so ein Geschenk quasi. Ja. Ach, hier ist schon Radius weg. Okay, hier ist schon Radius weg. Ähm, 10 Minuten später. Du siehst mir hier merkwürdig aus. Oh, ich habe wieder 10.000 bekommen. Äh, der lebt noch. Weg da. Runter. Danke fürs gerade das Geld. Nehme ich gerne. Hm. Äh, er sieht ziemlich grau aus, muss ich sagen. Ja, das liegt aber an der Altersschwäche. Das weißt du doch. So, ich fahre nochmal mit dem Auto rüber, weiß ich nicht. Ja. Mann, wir können auch so fies sein, ey. Hier ist eine Kiste. Ja, ich habe es. Hier, so ein Paket. Als ob du gerade vom Paketboot so ein Paket abholst, okay? Ja, du hast wahrscheinlich einen Kopf. 29.000. Einmal Munition und Snacks. Und ich habe gerade keine Sterne. Okay, dann ist das wohl ja random. Das ist, glaube ich, randome. Weil ich habe keine Sterne gerade. so wie haben wir das auch gefunden habe ich irgendwann zeit machen wir eine mission oder so können wir machen der normale mission mission aber kein renner ist jetzt nicht wir können ja mal autos holen wenn du willst von simeon in der auto ausdach so gut diese schiffe wieder wo wir uns gestritten haben ne nicht die nicht die haupten da alles ok guck mal um ja einfach mal vom westbuschie beach einfach mal und weitergeht nehmt die nicht die erst nicht die letzte mission da hat mir doch den trouble gehabt ich meine jetzt bei simeon beim autos wo wir autos besorgen müssen ich glaube mein auto qualmt sollt ihr mitnehmen ne er raucht nur leicht leicht kann auch fahren aber wollte ich ok wenn du noch fahren kannst ist gut man immer diese abgase eh was soll das es ist eigentlich so traurig aufgrund des klimaskandals wegen der abgase wenn das ist leider nicht so bitter war wer oh auto tschuldigung zweiter start so wir müssen gleich bei sim oh ich habe 2000 monat einfach mal gescheit alles klar ich höre das unternehmen kosten nice so hier autohaus und hier habe ich gehört gibt es behinderten paar plätze das ist super und so wie sich das gehört schön quer so ach hier macht er noch besser wie so genau so parkmann so oder wie ich zum einen autorauchen mache so hallo simeon wo ist das ich gehe mal kurz gucken aber der hat schnieke autos hier und ich glaube da drin war das ja wenn er hier ist ich warte hä der triggert bei mir nichts hä hier wird mir eine mission angezeigt aber triggert nicht äh simeon bist du haben wir irgendwas kaputt gemacht keine ahnung oder hat das spiel schuld wie immer ich glaube das spiel hat schuld ok irgendwas das scheint kaputt zu sein weil irgendwie triggert er das nicht halt da war was umdrehen 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 ach du kannst die autos ansehen ach so ist nur das ansehen ok dann raus hier dann eine andere mission ja hier ist das ist mein auto qualm ja hier haben wir ein m was ist das für typ unternehmen clubhouse was haben wir hier unten lamar habe ich hier noch ich will mir das gerne mal anschauen was das ist oben links deines t8 deluxe äh was haben wir denn noch haben wir hier sonst noch was hier habe ich noch einen tee in der nähe von unserer bar tony prince was ist das also das ist nachtclub dlc das ist dann fahren wir zu lamar da ich steig mal ein mal gucken was das ist ich weiß nicht was das für eine mission ist i don't know ok jetzt wird mir das warte mal jetzt wird mir das icon hier wieder angezeigt ich will mal nochmal kurz gucken oder ist das hier hinten dann geht die garage dann auf irgendwas leuchtet hier so komisch nö garage geht nicht auf denn keine ahnung was das ist dann fahren wir zu lamar ich steig kurz ein ja sekunde sekunde motor starten und los einmal hier rechts rum einmal hier links rum ok du kommst das ist super da war schon wieder eine alarmerlage i don't know why hier rechts rum denn hier links hier rechts rum ja nimm bloß paar schilder mit das kennt man ok wiki besuche mehr über lamar hier ok kontaktiere lamar hier ist gerade eine sequenz die 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 also der blut erklärt was hier ich kann nochmal anrufen ok er sagt nur das gleiche ok er hat mir nur was mit security erklärt ach so ist dein raufwagen hier mein raufwagen ich kann ja mal hier über dieses shop ding ins mal gucken hier unter mission jobs zen val ihr im hier wo 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 wo